da ist doch jetzt der doktor hier bei uns im dschungelcamp hier von guter zeit schlechte zeit und jetzt was machen denn die patienten wenn die patienten da jetzt hingehen wo ist denn da der doktor sagen die der ist im dschungel oder was los hier da in der sendung hat er immer pille geschluckt manchmal hat es gesehen und jetzt hier und wenn die leute jetzt krank sind oder aber verletzungen ist was hier gesagt ich doch nicht hier fahr mal ins schungel camp da ist der onkel doktor wahnsinn hier was willst du machen die können doch nicht so den leuten hier fahren mal nach australien da ist der doktor im dschungel oder was hier bis dann hier macht's gut tschüss